Mit Lichtgeschwindigkeit nach Alpha Centauri. In diesem Video geht es um die Frage, wie viele Jahre brauchen wir nach Alpha Centauri. Bei voller Lichtgeschwindigkeit sind wir ungefähr bei 300.000 km pro Sekunde, angerechnet um die 1 Milliarde kmh. Ja, wir gehen jetzt aber erstmal mehrere Antriebe und Szenarien durch. Wir haben erstmal hier den Mond mit einer Entfernung zur Erde bei 400.000 km. Dann haben wir den Jupiter mit einer Entfernung von 5 astronomischen Einheiten. Und der nächste Stop wäre dann der Pluto mit 30 astronomischen Einheiten. Eine astronomische Einheit ist 149 Millionen km lang. Das nur als Info und dann Alpha Centauri Nachbarsystem. Das ist unser Ziel, Entfernung 4,2 Lichtjahre. Und hier kommen wir zum ersten Szenario. Wir reisen erstmal mit unseren Füßen mit 1 m pro Sekunde. Hier haben wir den Mond. Da würden wir zu Fuß 12 Jahre brauchen. Dann haben wir einmal den Jupiter. Da würden wir zu Fuß 23.700 Jahre benötigen. Das ist schon wirklich eine Menge. Und zum Wandern würde ich da jetzt nicht unbedingt hingehen. So, Pluto mit einer Entfernung von 30 AE benötigen wir zu Fuß 142.200 Jahre. Darstellung der Entfernung ist nicht maßstabsgetreu. Und die Jahreszahlen sind etwas aufgerundet. Aber sie sind richtig. So, Alpha Centauri 4,2 Lichtjahre Entfernung. Da würden wir 1 Milliarden Erdenjahre benötigen. Wir auf der Erde müssten also lange warten. Diese Zahlen sind wirklich unvorstellbar. Zum Mond brauchen wir sogar nur 12 Jahre zu Fuß. Da sieht man einfach, wie nah der Mond einfach an der Erde dran ist. Aber Alpha Centauri, da würde ich wirklich überhaupt gar nicht zu Fuß hingehen. 1,3 Milliarden Jahre benötigen wir da zu Fuß. Das Interessante an dem Alpha Centauri Doppelstern Sonnensystem ist einfach, dass es am nähesten zu unserem Sonnensystem liegt. So, als nächstes haben wir hier die Apollo 10 Landekapsel mit 11.000 Meter pro Sekunde. Nicht Kilometer pro Sekunde aufpassen. So, Entfernung, 400.000 Kilometer, Mond, 10 Stunden benötigen wir da mit der Apollo Landekapsel. Zum Jupiter benötigen wir schon zwei Jahre. Die Entfernung ist aber wirklich sehr, sehr weit. Wir haben hier fünf astronomische Einheiten. Dann der Pluto, der markiert fast das Ende unseres Sonnensystems. Es gibt noch den Creeper-Gürtel und vieles mehr. Aber hier 30 AE, je nach Umlaufbahn, kann sich das natürlich ändern. Und hier benötigen wir 13 Jahre. Alpha Centauri 4,2 Lichtjahre. Hier benötigen wir 115.000 Jahre mit der Apollo 10 Landekapsel. Von den Menschen je schnellste, je erreichte Geschwindigkeit bis dato. Umgerechnet ist es eine Geschwindigkeit von 40.000 kmh. Wir haben hier nicht mal ein Prozent der Lichtgeschwindigkeit, wenn ich mich irre. Denn wie vorhin schon erwähnt, die volle Lichtgeschwindigkeit liegt bei über einer Milliarde kmh. Ja, bis zum Alpha Centauri System ist es selbst mit der Apollo 10 nicht so einfach. Und wir benötigen mehrere Menschenleben. So, wir haben hier ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit bei 270 Millionen kmh. Zum Mond benötigen wir hier fünf Sekunden. Zum Jupiter drei Stunden nur noch. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Man könnte sich vorstellen, dass diese Geschwindigkeit für unbemannte Sonden geeignet wäre. So, als nächstes kommt der Pluto. Da bräuchten wir dann mit ein Viertel Lichtgeschwindigkeit sogar nur noch 16 Stunden. Dann wären wir fast bis ans Ende unseres Sonnensystems angelangt. Zum Vergleich, die Voyager-Sonde hat mehrere Jahrzehnte benötigt bis zum Pluto. So, Alpha Centauri mit 4,2 Lichtjahren würden wir sogar nur noch 16 Jahre ungefähr benötigen. Das ist mit ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit schon wirklich beachtlich. Man darf aber nicht vergessen, das sind nur 4,2 Lichtjahre. Wenn es dann in die Millionen oder Milliarden geht, dann ist ein Viertel Lichtgeschwindigkeit schon nicht mehr so schnell. Dann muss man schon ein bisschen schneller fliegen, bis man da dann wirklich ankommen möchte. Aber selbst da wird ein Menschenleben wohl nicht ausreichen, wie wir dann in den nächsten Videos wahrscheinlich auch sehen werden. So, was sagt uns das jetzt? Ja, ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit ist für unbemannte Sonnen schon relativ realistisch mit einem gewissen Antrieb. Beispiel mit einem Laserantrieb. Man darf hier aber nicht vergessen, die Beschleunigung wurde nicht mit einberechnet. Das könnte die Reisedauer noch zusätzlich verzögern um mehrere oder sehr viele Jahre. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.